Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play WWE Raw. Diesmal mit einer kleinen Änderung, nämlich ich werde nicht spielen. Ich werde nicht mal meinen Kommentatorenkünsten versuchen. Ich bin echt gespannt wie es wird. 10 Minuten Maximum. Count 10 Minuten. Pins up mids normal. Ja, ist okay. Aber, und zwar spielen wir, weiß ich gar nicht. Wie spielen wir denn? Edited Wrestling? Nein, natürlich nicht. The Rock gegen Stone Cold. Natürlich mit anderen und so weiter. Niemand, niemand. Ich bin ziemlich aufgeregt, warum ich mal nicht mich schlagen werde. Dann müssen wir es nochmal, natürlich, mit Ansage. Und wir werden mal schauen. Making its way to the ring. From Miami, Florida. Weigheding to 160 pounds. The Rock. Wir sehen hier den People's Champion, The Rock, der seinen Weg zu dem Ring macht. Der Rock sieht hoch motiviert aus, und ich hoffe, er kann dieses Match gegen seinen Erzfein, Stone Cold Steve Austin position scheinen. Und dann ist es nochmal, das ist ja nicht mehr. Und wir sehen hier, wenn man ihn Ihnen überstellt. Nein, ich bin sehr gut. Und wir sehen hier. eher zum ring kommt und ich bin mal gespannt was dieses mensch bringt und die statu sind gleich auf sich los. stone cold schlägt zu. the rock ebenfalls. beide sterben sich an und die ersten treffen von rock folgen. noch ein kick. ein weiterer kick. stone cold schlägt zurück. oh ein harter punch von ihm. oh ein flying vorarm von stone cold on the rock. er nimmt ihn in eine scratch. punch on the rock und da ist der peeple punch abgeblockt von 0. und ein stump von stone cold. ein neuter flying vorarm von stone cold. steve austin und noch ein flying vorarm. was kommt jetzt? und dann ist der atomy drop von stone cold. the rock ziemlich mitgenommen. stone cold gibt gas. wie was weiß ich was. und rock will ihn greifen aber er bleibt ab. äh stone cold will ihn greifen. schlag abtisch zwischen rock und stone cold. und er neuter flying vorarm. und er hängt ihn in den seil. stone cold. und harte schläge gegen stone cold. natürlich auch unfaire schläge. und kommt jetzt. ein griff in die augen. das ist natürlich nicht erlaubt. und der peeple stomp. oh jetzt rastet der rock aus. er schlägt und tritt auf stone cold ein wie sonst was. aber stone cold schlägt zurück. und er kommt mit dem gut kick. hey stone cold hebt ihn nun auf. aber der rock schlägt zurück. und der peeple spunch sitzt. und whipped in die ecke. und ein punch. und stone cold fliegt raus. und natürlich der countdown. aber stone cold findet den weg wieder in den ring. neuter punch von the rock. oh. the rock ist angeschlagen. und er ist pinnversuch. eins. eins. zwei. drei. und the rock gewinnt dieses match. ein woche. ja. und das war es erstmal. mit meinem. ersten. let's commentary. von wwe raw. und so. von stone cold. gegen the rock. ich bedanke mich fürs zuschauen. bis zum nächsten mal. und tschüss. und... Vielen Dank.